Hallo Leute, Martin Horst mal wieder hier und heute ist mal wieder Zeit, ein extra super geiles Ding vorzustellen. Nichts alltägliches für mich, sondern ein Messer, das ich immer schon angestrebt habe, so eins zu haben. Und es ist da. Dank dem Martin, was ein extrem geiler Typ ist, also von der Art her und so meine ich jetzt nicht wirklich, außergewöhnliche Geste von ihm, dass er mir das überlassen hat. Im Prinzip vereinfacht gesagt hat er gesagt, du willst das Ding einfach mehr als ich, ich gebe es dir. Org. Ich bin sehr beeindruckt, noch immer. Jetzt ein Marauder Thai in meiner Hand, der nicht mehr wegkommt. Das ist genau, wie man es denn für mich gebaut hätte, wie gesagt. Wir haben hier Marauder Thai. Thai bedeutet ausgewachsen bei Medford. Ausgewachsen, in Sachen Größe, Länge halt. Und vor allem geht es bei dem Thai um diese Ansicht. Wir haben hier eine extra dicke Klinge. Ich meine, die normale Klinge ist schon dick von den Medford, von den Full Size. Aber bei der Thai-Version ist diese Klinge 6 mm dick. Noch mal ein bisschen mehr, wie man sieht. Die Titan-Griffschalen sind die dicken normalen, die es auch bei anderen gibt. Gerade Medford. Aber eben diese Klinge auf jeden Fall ist zusätzlich noch dieses Thai. Auch die Hardware, nämlich die Schrauben, Clip sowieso, aber auch die Schrauben sind aus Titan. In dem Fall sind sie auch anodisiert, wie man hier sieht, geflamed. So wie der Clip, auch geflamed. Also, das ist eine absolute Custom-Version des Marauder. Aber das, glaube ich, sieht man sowieso. Also, falls es bei der Klinge auffällt, dass da verschiedene Farben so durchschimmern, ich glaube, man sieht es ja nicht so schlecht im Licht, Vulcan Finish heißt es. Das heißt, hier wird die Klinge noch bearbeitet mit verschiedenen Methoden, damit man hier so Effekte erzielt, dass dann das Vulcan Finish ist. Schaut gut aus. Vulcan Finish ist, muss man schon ehrlicherweise sagen, nicht so beständig wie ein PVD- oder DLC-Beschichtungen. Aber für mich ist es sowieso egal. Für mich ist das ein User, ein Every Day Carry kann man sagen. Und Partina, was jetzt mit der Zeit dann sich ergeben wird, ist für mich komplett egal und passt zu Medford sowieso gut dazu. Ja, Action von dem Ding. Das Ding ist eigentlich eingelaufen. Absolut traumhaft. Die Klinge hat hier wieder diese Stoppins, die hier außen liegen. Es gibt ja auch welche, die sich versenken und so weiter. Aber im Prinzip ist es egal. Vom Putzen her ist es sogar leichter. Also Action. Einmal mit dem Daumen. Klug. Oder mit dem Mittelfinger flippen. Aber das Geräusch, wenn die Klinge einrastet, ist das nicht ein Wahnsinn. Massive Klinge, massiver Frame-Lock hier. Da steht er. Haut alles natürlich wieder mal gut hin. Klingenspiel brauchen wir bei Medford nicht ansprechen, weil Medford hat kein Klingenspiel. Das geht bei denen nicht. Irgendwie. Dafür sind die Toleranzen einfach viel zu eng. Einzige, was bei Medford immer ist, was irgendwie witzig ist, das mit dem Centering ist, in vielen Fällen einfach ein bisschen rechts, ein bisschen links und so weiter. Das ist bei Medford das Custom Centering, oder wie man das ja auch nennt. Finde ich eigentlich bis heute komisch, dass beim Centering das eigentlich egal ist. Aber Ihnen geht es hauptsächlich um die engen Toleranzen. Passt schon so. Wir haben ein Gewicht bei diesem Ding, was jetzt viele abschrecken wird vielleicht, 313 Gramm. Eine Länge von 24 Zentimetern. Klingenlänge selber, wenn man das extra nimmt, werden so bis ganz runter gemessen sind es 11. Und die Klinge selber, die Schneide, werden 10 cm. Ja, falls man interessiert. Von der Haptik her, die Marauder sehr beliebt. Ich kann hinten greifen, kann auch vorrutschen, in die Fingermulde rein und so weiter. Die sind da sehr unkompliziert und sehr praktisch gebaut. Darum gibt es von Marauder auch viele Modelle eigentlich. Slim Midi und Midi Marauder, Marauder Edge, Marauder, was weiß ich was. Sehr viele Modelle. Und das eben nicht umsonst ist auch ein Zeichen dafür, dass die einfach beliebt sind. Erstens von der Optik her, gefällt es jedem und von dem ganzen Drumherum sind die einfach sehr beliebt. Ich habe hier die Tanto-Version. Das heißt, wie beim Beutoren zum Beispiel, hat man bei der Tanto-Version hier einen Hohlschliff. Das heißt, sehr scharf geschliffen werden kann. Und vorne Flachschliff. Auf diese Weise hat die Klinge sehr viel Material und ist wirklich dafür gedacht, dass die Klinge auch Hebel, Kräfte ohne weiteres wegsteckt. Was auch der Fall ist, wenn es interessiert, Praetorian Tortur-Test, könnt ihr euch anschauen, wo ich ein bisschen Holz zerlegt habe. Dem ist es komplett egal gewesen, diesen Praetorian. Das war im Praetorian Tee, also mit Tee. Und das eben Thai, auch Praetorian gibt es Thai, Tee oder Ida, schreibt man das. Sehr großer Unterschied. Erstens preislich und zweitens von dieser breiten Klinge und auch von den Kräfschalen her. Da muss man manchmal ein bisschen recherchieren, damit man sich auskennt, wenn man da noch nicht so eingelesen ist in die Medford-Modelle. Das Fette, die wird noch kommen für mich. Den baut Greg aber erst. Oder ich hoffe, er fang jetzt dann an damit. Und das dauert halt ein paar Wochen oder Monate natürlich. Die Geduld müssen haben. Und die Geduld habe ich in dem Fall. Weil, das zahlt sich einfach aus für mich. Kann jeder natürlich halten, wie er will. Für mich ist es so. Die Klinge haben wir jetzt wieder, wer noch kein Medford-Video gesehen hat von mir. Ausschauen. Die D2-Klinge, das Dora ist das. TPM-D2 ist das. Kein Billigstorfer D2, sondern ein sehr guter D2. Der hat extrem gute Eigenschaften. Hat in Sachen Schnitthaltigkeit. Kann ich bestätigen, weil ich nutze ja diese Messer auch ständig. S35er wird es da noch geben. Und vielleicht auch einen 3V, weiß ich jetzt aber nicht. Wenn man sich bei Medford ein Messer zusammenstellen lassen will, kann man bei verschiedenen Modellen, könnt ihr auch mal anschauen, einfach die Faktoren zusammenstellen. Welche Klinge, welcher Stahl manchmal, wie der beschaffen sein soll, BVD beschichtet, tumbled, was auch immer. Welche Griffschale will ich auf dieser Seite, will ich die auch geflammt haben oder in irgendeiner Farbe. Welche Griffschale will ich hinten, welchen Kipp, also wie soll der bearbeitet sein, wie soll die Hardware ausschauen, die Schrauben, kannst du dir alles in so einem Messer-Konfigurator auf Medford selber anschauen. Extrem lustig eigentlich. Selbst wenn man jetzt keines bestellen würde, allein, dass man sich's anschaut, man sieht dann auch gleich, wie das Messer dann ausschaut, wenn man draufdrückt. Könnte man einschauen, ist vielleicht recht lustig, wenn auch fad ist, so wie mir dauernd. Sonst, trotz der breiten Klinge, ich hab jetzt ja auch keine Haare mehr, da haben wir noch ein bisschen was. Schauen wir mal, ob das Ding scharf sein kann, mit dieser Klingendicke. Habt ihr das gesehen? Weil die Haare sind weg. Na gut, dann mal da noch mal. Rasierst, messerscharf, das Ding. Aber das kann ja weh. Also, wollte ich nur zeigen, um das Missverständnis auszuräumen, eine dicke Klinge kann ja nicht scharf sein. Ja, sonst, extrem geiles Ding, gute Haptik, und meins. Braucht ihr gern schreiben, verkaufe ich nicht mehr. Dann sage ich, genug geblödelt. Bis zum nächsten Mal, aus dem Haus war's, und ciao.